okay so mission 2 an die waffen so day one ja wir sind bei day one was infantry to west one north zu west one north beide und sonst noch in kreid to recon okay zwei sperr diese schöne chillige musik von grid schon wieder so day two day two attack the artillery with your north infantry ist gemacht move your remaining infantry to west two west und sonst oder move your north and move your north recon one west the remaining infantry einfach nur zwei west oder infantry to west to west okay so was your north recon one west and your remaining recon three west okay sonst nix ja okay dann sparen wir jetzt wohl auf dem medium tank day three day three move your south recon two north five east okay and your remaining recon five east one south trade a mid tank in the east three in the in welche in the east in the east factory yeah okay hmm infantry is which is just so your south infantry is one one south one and attack the artillery artillery if your remaining infantry from the south one day grid may not pay properly grid should attack your north recon with this recon from the west his tank should attack the infantry on the river and the short and he should move his mid tank to south west and the mountain corner okay den späher hat er die infantry hat er und mit tank hat er auch passt das sind so ein paar eventualitäten wo er manchmal nicht so will so macht wie er soll day four day four attack the mid tank with your mid tank okay hammer schön dass grids medium tier so schwarzen schön dass grids medium tier so schwarzen the rocket launcher with your south recon the recon with your recon from the east and south infantry from the south so the recon with your recon from east the recon with your recon from east yep 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 das machen wir auch noch yep das machen wir auch noch Bitte? Das hat sogar noch schlagen gemacht. Äh, Reckon... Create a Recon in the West-Infantry in the East-Factory. Also Reckon West-Infantry-East. Oh, dann ist es schon... so, Ende. Äh, mehr kann ich auch nicht mehr machen. So. Day 5. Day 5. Attack the mid-tank with your mid-tank from the South. Yup, Hammer. Warte. It's a Recon with your East Recon from the East. The East Recon from... okay, passt. Hammer hier. Der ist kaputt. Move your damage infantry, one East, two North. Äh, die damaged oder die... Damaged. Two East und one North. Warte. 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 Ja. Damage infantry, one, two North. One East, two North. Ja. So, zwei Einheiten haben wir noch. Was machen wir mit dem? Move your remaining Recon two steps East. Two steps East. Move your remaining infantry, one East, and create two APCs. Dann machen wir mal zwei APCs. Und dann machen wir mal zwei APCs. Oh. Let's schieße. Day 6. Day 6, move your mid-tank East along the road. Okay, das machen wir dann so. Die Recon müssen dann hier und hier hin. Noch irgendwas? Ähm, create a Recon in the West Factory and an Infantry in the East Factory. Okay. Dann war das schon. Nexter Tag. Day 7, use your Co-Power. Das machen wir doch lieben. Gerne. Super Tuning. So, was ist das Nächstes? Attack the infantry on your base with your Recon from the North and Infantry from the South. Auf welcher Base? Der ist gerade auf keiner meiner, also er ist auf drei Städten, aber, aber ich glaube, ich glaube mal, dass er dann... Er meint die Stadt wahrscheinlich. Er wird wahrscheinlich die, er meinen, vom Norden und vom Süden soll ich ja angreifen. Also, das ist die einzige... In the country from the South. Genau. Normalerweise ist es mit der Base immer das Hauptquartier gemeint. So. The rocket launcher with your mid-tank. Den haben wir auch. Ähm, nein. And the remaining rocket launcher and East Artillery with your two reconnaissance. Moment mal. Na ja, gut. Gut, dass ich da nochmal nachgeschaut habe, weil andersrum wäre das nicht aufgegangen. Warte, wo war ich? Die East Artillery muss ich damit angreifen, ne? Das wären dann die zwei. So, was mit den APCs müssen noch? You've your damage, APC 5, East 1, North. 1, 2, 3, 4, 5 und einen Norden. Und was machen wir mit dem anderen APC? And your remaining APC 2, North 4, East. Das wäre dann hier. Äh, Trade 2, more Eureka. Ja. Und dann sind wir fertig mit dem Zug, denke ich mal. Grid may destroy your APC, APC, but this is okay. Day 8, genau. Mhm, ja. Ja, hat er gemacht. Dann der andere ist auch von HP. So, day 9. Day 9? Oder day 8. Day 8 sind wir erst, okay. Day 8. Move your APC, North East, along the road, and drop the infantry north. Yep. Attack the North rocket launcher with your North Recon. Okay. Move your remaining Recon south of the APC. Mach mal gleich. South of the APC. And move your mid tanks south of your Recon. Mach mal auch. Move your new healthy Recon east, along the road. Okay, mach mal. Attack the infantry on the Pacific Recon from the north. End. Das habe ich jetzt nicht mehr da, aber gut. Bitte? Ich habe keine weiteren Speyer mehr, mit denen ich irgendwas angreifen könnte. Warte, hier ist auch nichts. Ich werde checken, was hier. Wenn wirklich kann ich für den Rest auch in der unteren Hälfte improvisieren. Der ist ja sowieso weit davon weg. Der ist sowieso weit davon weg, meine Base hier irgendwie. Attack the infantry on the base, if you recon from the north. Then create a Recon and infantry. Also, was ich hier machen kann, ist das hier noch. Ich muss ja eigentlich nur verhindern, dass er meine Base besetzt. Wer muss ich hier gar nicht mehr machen? So, day 9. Day 9. Attack the south, Rock and Town, Travis. We have two Recon from the north and east. From north and east? Ja. Ich verstehe jetzt auch nichts. Das reicht aber... Warte, warte. Das reicht aber, glaube ich, nicht aus, um den kaputt zu kriegen. Die eine, zwei Speer sind beide sehr angreifen. Da steht, da steht, attack the south, the south, Rock and Town, if you recon from the north and east. Ach, den da. Ja, den komme ich jetzt auch nicht mehr an. Er hat mal mit dem Medium Tank abgeblockt. Da müssen wir ab hier improvisieren. Ist aber auch nicht schlecht. Und the north rocket launcher will fear mitten from the south. Ja, der hat ein bisschen komisch gehandelt. Das geht nicht ganz so auf, wie sich der Guide das gerade vorstellt. Macht aber nichts mehr improvisieren, einfach. Begin capturing the base. Wir müssen jetzt einfach improvisieren, irgendwie. Na, die Tag 10 ist eh gewonnen. Ja, wenn er mal jetzt die Infanterie auf der Base nicht anschießt. Ansonsten müssten wir das halt nochmal probieren. Der kriegt nämlich eine Co-Power zusammen und mit dem Rocket Launcher kriegt er den nämlich, erwischt er den nämlich. Das ist das Problem an der Sache. Mit dem Panzer kommt er jetzt wahrscheinlich auch hin. Ja, der hat er dann angeschossen. Wen angeschossen? Eine Infanterie auf der Base. Aber er bewegt seinen Panzer nicht, das ist gut. Sein Rocket Launcher da unten kommt nächste Runde nicht mehr an den ran. Der kommt zwar da hin, aber ist auch egal. Gewinnen wir halt einen Tag später. Ist ja egal, Hauptsache wir gewinnen. Wenn er zu blöd ist, mit seinem Panzer meine Infanterie einzugreifen, kann ich ihm auch nicht helfen. Gelegentlich muss man hier trotz Guide mal ein bisschen improvisieren. Weil manchmal benimmt sich die KI ein bisschen komisch. Oh, wir haben schon wieder den ganzen Rang übersprungen. So, dann kommen wir jetzt zu Level 3. Air Ace.